Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Samsung Tablets zwei verschiedene Apps nebeneinander gleichzeitig euch auf dem Display anzeigen lassen könnt. Zum Beispiel zwei Notizen nebeneinander oder aber ein PDF-Reader und eine Notiz oder wie man sogar drei Fenster gleichzeitig angezeigt bekommt. Fangen wir an. Um neben der aktuell geöffneten Samsung Notes Datei noch eine weitere Notes Datei öffnen zu können, müssen wir das Seitenpanel nutzen. Das seht ihr bei mir hier oben an der Seite. Falls das bei euch nicht da ist, zeige ich euch später im Video noch, wo man das denn eigentlich herbekommt. Wenn ich das Seitenpanel hier an der Seite mit dem Stift zum Beispiel von außen nach innen ziehe, sieht man hier diese Apps. Und wenn ich jetzt Samsung Notes zweimal nebeneinander haben möchte, dann habe ich es jetzt einmal schon offen. Und das zweite Mal halte ich mit dem Stift darauf, das müsste auch mit dem Finger gehen, und ziehe jetzt einfach hierher. Dann sehen wir schon, zum Öffnen hierher ziehen oder wenn es hierher soll, zum Öffnen hierher ziehen. Man kann sie auch übereinander anzeigen lassen oder man kann die App direkt als Pop-up hier reinziehen lassen. Ich lasse jetzt hier mal auf der linken Seite und dann öffnet sich hier links daneben Samsung Notes und zwar da, wo ich es das letzte Mal betrieben hatte. In diesem Fall ist es einfach eine Mitschrift und die kann ich hier neben der anderen Samsung Notes Datei einfach öffnen und kann dann eine Datei bearbeiten, kann reinschreiben und kann beide gleichzeitig parallel zueinander verwenden. Diese zwei Fenster kann man auch nachher noch verändern, denn man kann hier in der Mitte auf die Punkte gehen und kann dann die Fenster vergrößern oder verkleinern, je nachdem wie man das möchte. Man kann aber auch die Position der Fenster zum Beispiel tauschen, indem man hier auf die Punkte tippt. Dann kann man hier mit den zwei Pfeilen die Fenster tauschen. Man kann aber auch, wenn man hier auf den Kreis tippt, die Position generell tauschen, also links, rechts, oben, unten. Und wir können auch ein drittes Fenster zum Beispiel mit einbinden. Hier nehme ich jetzt beispielhaftweise mal den Xodo PDF Reader, in dem ich aktuell ein Mathebuch geöffnet habe. Und wenn ich das jetzt hier in die Mitte reinziehe, dann kann ich das hier oben an dem blauen frei platzieren, wo ich es gerade brauche und kann dann gleichzeitig auch meine Apps verwenden. Natürlich wird das mit drei Apps irgendwann unsinnig, aber es gibt sicherlich Fälle, wo man das mal braucht. Und man kann dann hier oben mit dem Klick auf dem blauen Balken verschiedene Einstellungen machen, wie die App im Vollbild öffnen, die App minimieren oder aber jetzt, wie ich es jetzt mache, einfach mal wieder schließen. Wenn ihr dann euch das Multitasking anschaut, könnt ihr auch zum Beispiel einfach nach oben wischen. Könnt in eine andere App gehen, in dem Fall jetzt das Mathebuch. Und die zwei Fenster, die ihr verknüpft habt, die bleiben zusammen im Arbeitsspeicher. Wenn ihr dann wieder diesen Verbund der zwei Fenster auflösen wollt, klickt ihr die zwei Punkte an und wischt zur Seite. So bleibt dann nur noch das Fenster, das ihr eben nicht weggewischt habt, vorhanden. Nun erkläre ich euch noch kurz, wie ihr das Seitenpanel, das ich hier an der Seite habe, überhaupt herbekommt. Dafür müsst ihr hier bei der Anzeige reintippen, müsst dann etwas runterwischen und dann kommt das Menü Seitenpaneele. Hier sieht man schon, das ist angeschalten und wenn man da drauf tippt, dann sieht man das oben links im Eck. Das Seitenpanel-Logo verschwindet und wenn wir wieder drauf tippen, dann müsste es eigentlich wieder erscheinen. Ja, da ist es. Und wenn wir mit dem Stift oder beziehungsweise mit dem Finger länger drauf gedrückt halten, probiere es mal aus, dann können wir das auch verschieben, beziehungsweise ich glaube ursprünglich war es am rechten Rand. Aber ich habe es zum linken Rand geschoben, weil es mir da einfach besser gefällt. Das Seitenpanel, das ich verwendet habe, um die Apps im Multitasking zu öffnen, kann man aber auch konfigurieren. Hier seht ihr ein kleines Zahnrad. Wupp, jetzt war ich zu langsam. Hier sehen wir ein kleines Zahnrad. Und wenn wir da drauf tippen, können wir sagen, okay, was wollen wir denn beim Seitenpanel angezeigt bekommen. In dem Fall habe ich bloß Apps ausgewählt, damit ich alles andere editiert und ich finde es einfach super, das Multitasking so zu managen. Die Apps, die man an der Seite angezeigt bekommt, die kann man dann, indem man hier unten auf das Reiter klickt, noch anpassen. Hier kommen wir auf Bearbeiten. So habe ich quasi meine favorisierten Apps einfach reingezogen. Und wenn man auf alle Apps tippt, kann man sich auch alle Apps anzeigen lassen, die im Multi-Window-Betrieb, also nebeneinander, betrieben werden können. So, das war es mit diesem kurzen Video zum Multitasking mit Samsung Galaxy Tab Geräten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.